Musik Hallo hier spricht der Boss Haben uns jetzt entschieden doch die Meisterschaft zu holen, weil der nette Triple Opa wieder da ist Musste deshalb Cashout machen bei meiner Meisterwette auf Dortmund Aber die sind ja nicht mal mehr in Vizeform Der Bürki ey, was macht er eigentlich beruflich? Der kriegt öfter was hinten rein als nummzugswagen Wenn er so weitermacht, kann der bald Werbung für Waschmittel machen Text, so ne weiße Weste hatte ich noch nie Jetzt also nach Hamburg Das würde echt noch antreten müssen Weil das so leicht ist, wird ein Auswärtsspiel beim HSV von unseren Urlaubstagen abgezogen Nervt hart Na gut, ich muss los Der James hat mich gefragt, wo Carlo hin ist und was er hier noch soll Ich zeig ihm jetzt mal, wie man den Pool im Vereinsheim klort Bis bald, euer Jerome Bis bald, ich beziem jetzt noch mal